Früher hatten Eltern oftmals vier Kinder. Bald aber könnte ein Kind in Deutschland vier Eltern haben. Geht es nach der Ampelregierung, soll es noch im ersten Halbjahr 2024 eine Neufassung des Familienrechts geben. Mehr Fortschritt wagen, so heißt der Titel des Dokuments aus dem Koalitionsvertrag vom Dezember 2021. Unter dem Deckmantel der Modernisierung des Familienrechts will die Ampelregierung neben dem viel diskutierten Selbstbestimmungsgesetz nun noch zwei neue Rechtseinrichtungen schaffen. Die Mitmutterschaft und die Mehrelternschaft, welche bis zu vier Erwachsenen umfassen kann. Die Gefahren sind eindeutig. Dem Kind wird das Recht auf Vater und Mutter verwehrt und es wird zum Spielball Erwachsenerinteressen. In diesem Zusammenhang warnt das Aktionsbündnis Demo für Alle auch für eine Öffnung der Büchse der Pandora. Denn wenn Elternschaft erst einmal von der Biologie abgekoppelt ist, bestimmt im nächsten Schritt der Start, wer die Eltern eines Kindes sind. Außerdem wird damit die Legalisierung von Leihmutterschaft vorbereitet und Pädophile können leichter an Kinder kommen. Weil die Ampelpläne zum Abstammungsrecht bisher noch nicht flächendeckend bekannt sind, ruft Demo für Alle dazu auf, diese wichtigen Informationen zu verbreiten. Bestellen Sie kostenfrei das Faltblatt Mehrelterngesetz stoppen und verteilen Sie es an Freunde, Kollegen, Nachbarn und ihre lokalen Abgeordneten. Verbreiten Sie auch das nachfolgende Aufklärungsvideo Gemeinsam können wir die Ampelagenda zur Familienzerstörung stoppen.